Du denkst, das ist alles zu klein und ich muss in große weite Welt irgendwas erleben und raus aus dem Ganzen. Und ich bin jetzt pinchy gräulich und ich bin der große Star, hab ein Model und das ist aber alles nicht so toll. Man blendet ja immer den Alltag aus. Also man stellt sich dann bloß vor, ich hab eine Wohnung, geht dann durch New York irgendwie durch oder in Buenos Aires. Aber du musst erleben, du musst arbeiten jeden Tag. Und das blendet ja halt völlig aus und dann rennt er halt richtig in die Kacke rein. Wenn ich was Bayerisches sehe, dann will ich auch, dass der Dialekt einfach sauer gesprochen ist. Aber es ist halt einfach so, es gibt dann im Bayerischen oder Fränkischen, es gibt halt auch nicht so viele Schauspieler. Und du musst halt dann einfach mit dem umgehen, was da ist. Und das bin halt in diesem Fall mal ich.